Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge, unseres kleinen, aber feinen Basketballspiels. Heute mit der Rapid Reaction am ersten Mal. Frohen Tag der Arbeit wünsche ich euch. Und bevor es heute mit der Family kurz nach Hannover geht in den Zoo, dachte ich, ich nehme euch nochmal ein kleines, feines Basketballspiel auf. Vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, weil es pressiert, die Zeit drängt. Eine gute Stunde muss ich hier im Auto sitzen, aber das kriegen wir, denke ich, hin. Denn das Ganze wird präsentiert von Manscaped.com. Und da gibt es eine Geschichte, ein Bundle, was ich selten hier bewerbe, weil es nichts mit Haare schneiden zu tun hat. Und das ist ja nun mal das, wofür Manscaped eigentlich bekannt ist. Aber das Bodycare-Kit. Und jetzt muss ich sagen, bin ich da jemand, der da, tja, was soll ich das jetzt ausdrücken, ganz weit vorne ist, was so Bodycare angeht, im Sinne von, jo, ich schmiere mich jeden Tag ein und Lotion danach und so. Nee, ehrlich gesagt nicht. Soll ich da vielleicht ein bisschen was optimieren? Müsst ihr meine Frau auch fragen, eine ruhige Minute. Aber The Bodycare-Kit, das sind Pflege-Essentials für Männer. Und jetzt kann man sagen, wenn man verheiratet ist, kommt es darauf nicht mehr so an. Ich dachte, es klopft jetzt an der Tür, aber tut es nicht. Da ist ein Deodorant dabei. Das, Deodorant, glaube ich, heißt es sogar, das benutze ich sogar selber, ehrlich gesagt. Body-Wash benutze ich auch, von daher zwei von vier ist nicht schlecht. Dann aber Shampoo und Conditioner, gut, merkt es selber, weiß ich nicht, was ich damit soll. Aber es gibt noch den Body-Buffer, das ist so ein Scrubber aus Silikon. Das mache ich ehrlich gesagt nicht. Das Ding muss ich mir nochmal bestellen. Ich glaube, ich hatte das schon mal bestellt, aber das kam nicht oder kam das? Und ich habe es dann irgendwo verlegt. Keine Ahnung. Checkt es mal aus, Manscaped.com. Wie gesagt, es geht nicht nur um Haare bei denen, sondern auch um andere Stellen und andere Wege, dem eigenen Körper was Gutes zu tun. Der Body-Care-Kit gibt es, wie immer, da natürlich zum guten Preis gerade. Und würde mich freuen, wenn ihr da was findet. Sonst gibt es natürlich auch den Lawnmower, den Feedbacker, da kennt ihr alles. In diesem Sinne, nutzt den Code NEXT20, NEXTXT20. Gönnt euch 20%, gönnt euch 30-Zahl-Geld-Zurück-Garantie und natürlich Free-Shipping. Kommen wir zu den News der Woche. Heute rausche ich ein bisschen durch. Ich sage direkt, das Thema der Woche ist heute. Sons und Lakers, wie geht es da weiter? Aber natürlich sind einige andere Teams auch schon ausgeschieden. Und ich denke, ich werde wahrscheinlich, diese Woche ist mit Dean schon was geplant, dass sie und ich Freitag mal wieder zusammenkommen und Podcasts aufnehmen, aber auch streamen. Vielleicht am Wochenende, wenn Playback-TV mich mal freischaltet als Creator. Vielleicht schaffen wir es dann auch, da dann einen Live-Watch-Salon zu machen. Mal schauen, vielleicht machen wir es dann auch ohne Playback. Mal gucken. Fakt ist, ich werde mit ihm nächste Woche mal gucken, dass wir uns ein bisschen länger hinsetzen und gucken, diese alte Serie mal wieder beleben. How to make ... great again. Also wo wir uns überlegen, wie kann man denn Team A oder B wieder großartig machen. Natürlich voraus, dass Team A oder B momentan nicht ganz so großartig ist. Aber heute gibt es schon mal ein kleines Preview drauf, was ich denke, Richtung Lakers und Sons, was natürlich zwei Teams sind, die momentan die Gemüter erregen. Aber fangen wir mit den News der Woche an und es gibt Awards. Nicht alle, ihr wisst ja, seit einiger Zeit ist es ja bei der NBA so, dass es stückchenweise rausgehauen wird. Es gibt ja auch nicht mehr dieses Bankett am Ende. Das war dann nicht so eine geile Idee. Da hat man sich von der NFL abgeguckt, macht man jetzt nicht. Man, wie gesagt, Häppchen, stückchenweise kriegt das jetzt raus. Und wir haben schon ein paar Awards. Most Improved Player, Tyrese Maxey. Ja, ist keine so riesige Überraschung gewesen, wenn wir ehrlich sind. War einer der Favoriten. Die NBA sagt ja auch immer dann, okay, wir haben drei Mann hier quasi in der engeren Auswahl. Oder drei, die halt Favoriten sind. Wie nennt man das denn? Egal, drei Mann haben sie halt gehabt, die vorne mit dabei waren. Er ist es jetzt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Das war auch jetzt nicht mal so wirklich knapp. Ich rufe nochmal kurz raus, wie das Voting war. Nicht, dass ich da jetzt Blödsinn erzähle. Aber es waren die meisten Entscheidungen bis auf Six-Man, waren, glaube ich, eh relativ eindeutig so. Was immer ein bisschen schade ist. Und gerade beim MIP kennt ihr ja meine Denkweise. Und hier greift das ja nicht, dass ich denke, dass zweitjahres Profis nicht MIP werden sollten. Weil, naja, wenn du dich vom ersten aufs zweite Jahr nicht verbesserst, worüber sprechen wir dann? Aber in dem Fall, na klar, geht es oft an die Spieler, die halt einfach punktemäßig mehr geleistet haben. Und da geht es natürlich auch dann vor allem um Spieler, die am Ende des Tages eine größere Rolle angenommen haben. Das hat Maxi. Natürlich eine sehr prominente Rolle, die von James Harden hat er übernommen bei den 76ers. Von daher auch alles gut. Ich denke aber, man hat viel von dem, was er vergangenes Jahr gezeigt hat, auch schon. Oder hat man, was man dieses Jahr gesehen, hat man im vergangenen Jahr auch schon gesehen. Aber ist egal. Gute Wahl. Auf jeden Fall. Ich hatte Alperen Schengün vorne. Aber ich denke, da hat dieser Spiel nochmal mehr verbreitert. Ohne, dass es jetzt unbedingt nur eine Minuten-Explosion gab. Aber, wie gesagt, Maxi auch natürlich aufgrund des Dreiers, da gestern zur Verlängerung, kann man ja auf jeden Fall sehr, sehr gerne hier wählen. Nächste Geschichte war Nasserit. Das ist der Sixth Man of the Year. Den hatte ich auch gewählt. Das war aber, wie gesagt, eine sehr, sehr knappe Entscheidung am Ende des Tages. Formel League Monkler hat er zwei Punkte mehr. Ihr wisst das ja, es gibt ja dann dieses Tier-System, wo man halt mehrere Stimmen abgibt für, ne, ja, also in dem Fall sind es drei Kandidaten. Man stimmt für drei Kandidaten. Erst, zweite Stimme, dritte Stimme. Die erste Stimme zählt fünf Punkte. Zweite drei, dritte einen. Und Nasserit kam auf 352 Punkte insgesamt. Malik Monk auf 342. Und er hat zwei First-Place-Votes, hatte im Endeffekt Reed mehr. Und das war genau der Unterschied. Das waren die zehn Punkte, weil Second-Place und Third-Place-Votes waren da gleich. Von daher knappes Rennen. Er hat Lippuschnas-Reed. Tolle Saison gespielt. Auch wenn jetzt bei ihm jetzt nicht dieser Microwave-Scorer, Microwellen. Ich Gott, mein Deutsch und Englisch. Selbst das kriege ich nicht mehr zusammen. Er ist nicht der klassische Microwellen-Scorer, wie es vielleicht Lou Williams war. Aber er gibt der Mannschaft sowieso viel. Und bei Maxi haben wir nachgereicht. Zweiter Platz bei Maxi war auch relativ knapp. 14 Punkte vor Kobe White, der natürlich auch eine tolle Saison gespielt hat. Und dahinter dann relativ abgeschlagen kam. Dann Alpine Chang-Güin, dann Jane Williams, etc. Klatsch-Player of the Year. Wie gesagt, ein Award, der so ein bisschen auf der einen Seite esoterisch ist. Man kann natürlich einfach gucken, wer hat die besten Klatsch-Statistiken gehabt. Wenn ihr den Podcast mit Dean gehört habt, wisst ihr, wie wir uns da ausgetauscht haben. Steph Curry ist es geworden. Mit 298 Punkten hatte elf Erstplatzstimmen mehr als DeMar DeRozan. Shergitges Alexander ist Dritter geworden. Dann kam Nikola Jokic, dann kam Jalen Brunson, dann kam Luca Dornitsch, dann Kyrie Irving. Ja, wie gesagt, Klatsch ist so ein bisschen schwierig zu greifen. Coach of the Year. Und da gibt es ja zwei. Da gibt es einmal von der NBA im Sinne von, die ballberechtigten Journalisten haben abgestimmt. Für Mark Dagenold von der Oklahoma City Thunder. Die NBA Association of Coaches oder NBA Coach Association, NBAC heißen die, glaube ich. Die haben auch Dagenold gewählt. Von daher, ja, das ist dann auch sicherlich die richtige Wahl. Platz zwei wurde Jamal Mosley. Der hat allerdings nur vier Erststimmen bekommen. Chris Finch, mein Favorit, hat nur eine Erststimme bekommen. Und Mark Dagenold hatte 89 Erststimmen. Von daher, das ist dann auch eine klare Angelegenheit gewesen. Und natürlich auch toll, wie sie gecoacht sind in Oklahoma City. Toll, wie dieses junge Team auch jetzt in den Playoffs performt. Von daher, auch da. Ich glaube, bei den Top Dreien gab es auch keine falsche Wahl. Und dann gab es jetzt als letzten Award den Executive of the Year. Also den Manager, sagen wir immer. Und das ist Brad Stevens geworden. Auch mit einer klaren Angelegenheit. Hatte 16 Erstplatzstimmen. Der zweite, also die zweitmeisten Erstplatzstimmen hatten Sam Presti und Tim Connolly. Also in Oklahoma City und Minnesota. Leon Rose, der mein Favorit war, hat nur eine Erstplatzstimme bekommen. Nicht von mir. Ich darf ja nicht mitwählen. Nico Harrison hat eine bekommen. Raffles Zone hat zwei bekommen. Und dann gab es noch eine Erststimme für Monty McNair. Aber der war ziemlich abgeschlagen für die einzige Stimme, die er bekommen hat. Deswegen auch klares Ergebnis. 101 Punkte vor 47 Punkten von Sam Presti. Das war Brad Stevens. Und natürlich, klar, Bosinges geholt. Drew Holiday geholt. Das waren tolle Verpflichtungen. Kann man auch vollkommen nachvollziehen. Nach den Playoffs reden wir natürlich dann direkt über die Draft. Und die wirft auch ihre Schatten voraus. Die Lottery haben wir noch nicht gesehen. Die kommt ja erst noch. Aber es gibt eine Early-Entry-Liste. Also Spieler, die sich jetzt angemeldet haben, obwohl sie noch nicht aufgrund ihres Alters in die Draft kommen müssen. Und da gibt es natürlich eine Liste mit vielen, vielen Namen. Die können wir noch zurückziehen. Ihr kennt das Ganze. Ich will euch nur vier Namen nennen, die vielleicht aus deutscher Sicht interessant sind. Tristan Dersilva von den Colorado Buffalos hat sich gemeldet. Wird bei ESPN, glaube ich, als Top-20-Pick gehandelt. Bruder von Oskar Dersilva. Gucken wir mal, wo er am Ende landet. Und dann gibt es drei Spieler aus der BBL. Juan Nunez und Pacorme Dadier. Ja, ich meine, Französisch ist er Französisch, oder? Oder Pacorme Dadier. Ebenfalls beide aus Ulm. Bei Nunez war das ja eigentlich auch klar. Und Fedor Sugic von Göttingen. Die drei sind auch allesamt auf der Liste. Man muss abwarten, ob sie dann jetzt, wenn man mit der Liga spricht, wenn die Agenten mit diesem Scouting-Department der Liga sprechen, wenn das einem ja immer dann auch sagt, hey, dein Spieler, der ist da und da gerankt momentan. Wir denken, der geht, was weiß ich, erste Runde, zweite Runde weg. Dann muss der Agent, dann müssen die Spieler auch denken, okay, oder sich entscheiden, ist das gut genug für uns? Ist das nicht gut genug, wenn ihr euch die Podcast mit Moritz Wagner erinnert, da haben wir auch drüber gesprochen. Und dann geht man halt weiter. Oder man zieht zurück und versucht es halt im nächsten Jahr nochmal. Aber kommen wir zu den News momentan in den Playoffs. Wer jetzt gegen wen gewonnen hat, das muss ich euch in der Stelle nicht erzählen. Ihr habt alle Internet, denke ich, sonst könntet ihr auch hier gar nicht zuhören. Aber es gibt ein paar größere Nachrichten, die es dann doch wert sind, hier diskutiert zu werden. Zum einen Christophs Porzingis. Ihr habt es gesehen, gegen Miami hat sich da, wie soll man es nennen, vertreten. Hat dann ja relativ, ja, auch frustriert reagiert beim Rausgehen, beim Raushumpeln, das Trikot übers Gesicht gezogen. Und man dachte, Gott, was da jetzt genau passiert. Es sah so ein bisschen Waden-Achillessehnen-mäßig aus. Die früh kam dann die Entwarnung, die Achillessehne ist es nicht. Aber es ist eine Wade. Es ist eine Wadenzerrung. Und diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind, also schon seit über einem Monat, die wissen, oh, das ist ja nicht der einzige Superstar gerade, oder Star in seinem Fall, der mit einer Wadenzerrung zu tun hat. Der andere ist Giannis Antetokounmpo. Und den haben wir zuletzt am 9. April gesehen. Jetzt wurde, glaube ich, von The Athletic auch berichtet, naja, das ist schon mehr oder weniger die gleiche Verletzung. Eine ganz ähnliche Verletzung, die jetzt auch Porzingis hat. Sprich, wir müssen davon ausgehen, dass der wahrscheinlich dann, puh, ja, vier Wochen ausfällt. Ich meine, Giannis haben wir zuletzt am 9. April gesehen. Das ist jetzt schon fast einen Monat her. Es sieht jetzt auch nicht so aus, ob der quasi in Spiel 6 vielleicht sogar wieder dabei ist. Also mal gucken, werden wir halt abwarten müssen. Aber wenn wir davon ausgehen, roundabout vier Wochen für Porzingis, dann sind wir schon im Juni. Im Juni fangen die NBA Finals an. Dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen später, als das nur vor ein paar Jahren war. Aber selbst wenn er dann zurückkommt, selbst wenn die Celtics da noch spielen, muss man sich natürlich fragen, wie fit ist er da? Ja, ne, Big Man mit der Wade kannst du relativ wenig machen. Ich habe das auch getweetet, als wir zum Ziel, das könnte vielleicht sogar schon den Titel entschieden haben. Sind wir sehr gespannt. Auf jeden Fall eine Hilfsbotschaft für die Celtics, die jetzt ja auch nicht unbedingt mit einer überragenden Tiefe gesegnet sind. Klar, man hat Luke Cornett, der von der Bank kommen kann. Aber das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor für die Celtics. Ebenfalls verletzt, allerdings vielleicht auf dem Feld ist nicht ganz so ausschlaggebend, auch wenn er natürlich sehr, sehr wichtig ist. Chris Finch. Ihr habt es auch gesehen, denke ich, zumindest an das Lowlight vielleicht, dann am Ende der Serie, Suns gegen Timberwolves, Mike Conley auf seiner Seitenlinie fällt ihm ins Knie. Und da haben sich leider Gottes alle Befürchtungen bestätigt. Riss der rechten Patellasehne. Das ist wirklich kein Pappenstiel, wird operiert. Er soll mit nach Denver fliegen, sofern die OP normal läuft, sofern auch dann der erste Heilungsprozess normal läuft. Aber ob er dann direkt an der Seitenlinie stehen kann, bei solchen Sachen sagt man ja eigentlich jetzt mal Fuß hoch oder Bein hoch. Allerdings kannst du ja auch nicht da in der ersten Reihe, sag ich mal, beim NBA-Spiel sitzen, den Fuß hoch machen. Die Leute laufen ja da vorbei. Mal gucken, wie sie das regeln. Irgendeine Idee wird man vielleicht auch dann finden. Vielleicht sitzt er in der zweiten Reihe und legt den Fuß dann einfach auf die erste Reihe. Hoffentlich setzt sich dann keiner drauf. Wir werden es sehen. Sollte er nicht coachen können, steht allerdings auch schon der Assistent Micah Norrie parat. Habt ihr auch schon gesehen. Hat das ja auch schon im letzten Spiel gemacht. Und ein witziger Typ in seinen Interviews. Zumindest das. Und die beiden kennen sich auch schon lange. Da wird sich auch sicherlich ausgetauscht werden. Aber ich glaube, irgendwie werden sie da schon eine Lösung finden, dass Chris Finch da auch Einfluss nimmt. Wir haben vielleicht schöne Bilder da zu sehen nach der Partie gegen Phoenix, wie die Timberwolves alle um ihrem Coach rumstanden. Und da gibt es, glaube ich, einige Teams derzeit, die das nicht unbedingt machen würden. Also um ihren Coach dann rumstehen. Egal, wie verletzt der ist. Die Clippers plagen sie auch mit einer Verletzung rum, die recht prominent ist. Kawhi Leonard, der wird auf jeden Fall auch fehlen jetzt in Spiel 5. Da muss man natürlich auch momentan sagen, gut, so wie es jetzt gelaufen ist, würde man sich davon ausgehen, dass das den Clippers größerartisch schadet gerade. Bei den Mavs wird Luka Doncic dabei sein. Er hat ja auch gesagt, hey, ich muss Kyrie Irving mehr unterstützen. Das war bisher nicht gut und so. Der ist auch angeschlagen, ist auch Day-to-Day. Da hat man aber jetzt gesagt, nee, der wird Teilnehmer im Spiel 5. Sind wir gespannt, was da passiert. Natürlich jetzt für die Mavs. Ja, it's go time. Jetzt muss man vielleicht mal nicht sich im ersten Viertel da mit 31 in Rückstand begeben. Da haben wir vielleicht mal ein Spiel gewinnt. Also es wird eine spannende Serie, genau wie ja vergangenen Nacht auch Cavs und Orlando Magic dann jetzt endlich mal in ein enges Spiel gingen. Können wir uns freuen. Also ich glaube, ich spreche für alle von euch, dass wir hoffentlich am Wochenende ein paar Game 7s sehen. Und das wäre eine Serie, genau, natürlich Cavs gegen Magic, wo wir das gerne hätten. Auf jeden Fall, die Saison beendet ist allerdings für Bojan Bogdanovic. Ein bisschen merkwürdig allerdings, denn zum einen, klar, wir wissen, er hat einen linken Handgelenk, hat einen Bänderriss. Damit wirft er nicht, damit kommt man relativ klar, war aber bandagiert und stört natürlich schon. Jetzt hat er sich aber nochmal verletzt. Er hat die Szenen vielleicht auch noch vor Augen. Als ihm da in die Knöchel gefallen wird und man hat gar nicht so wirklich gesehen, dass er umgeknickt ist oder so. Zumindest habe ich das dann im Live nicht gesehen. Er wird sie aber jetzt operieren lassen, obwohl man zuerst lesen konnte, das ist nur eine Knöchelprellung. Also ich sage nur, das ist natürlich schlimm genug, aber eine Knöchelprellung wird normalerweise nicht operiert. Er wird jetzt direkt am Handlenken operiert und am linken Knöchel. Und deswegen ist die Saison vorbei. Also denke ich mal, dass er ein bisschen mehr war als nur eine Prellung. Für die Nicks ändert sich wahrscheinlich relativ wenig. Klar, er war eine gute Scoring-Option von der Bank, aber wir kennen alle Tom Thibodeau. Also der ist ja eher jemand, der gerne auf Defensive setzt. Da ist Bogdan Witsch vielleicht nicht der allererste Ansprechpartner. Von daher mehr Zeit für O.G. Anunobi und Josh Hart. Die wird es freuen. Obwohl ich nicht weiß, wie viel mehr die noch spielen können. Aber auch bei der Serie, glaube ich, wollen wir alle ein siebtes Spiel. Raus, bei denen gibt es kein siebtes Spiel, sind die New Orleans Pelicans. Und der Sommer, der jetzt kommt, der wird wahrscheinlich recht umtriebig. Und das ist ja immer so, ich muss das erklären. Wenn Teams ausscheiden, egal ob nach der regulären Saison oder eben in den Playoffs, dann bittet der lokale Klub, der ausgeschieden ist, dann jeweils nochmal die Medien in die Trainingsanlage in der Regel und sagt, hey, heute gibt es Exit-Interviews, heute stellen sich alle Spieler und die Trainer nochmal auch euren Fragen und dann gehen wir in die Off-Season und dann möchten wir erstmal eine Weile von euch nichts hören. Ist quasi, wenn das so Bookends sind, auf der einen Seite haben wir den Media Day, da geht die Saison ja offiziell los, da kommt die Presse rein, stellt ihre Fragen mit Fotos, etc. Und dann geht es im Exit-Interviews, das sind so die beiden Enden einer Saison. Außer du bist Meister, dann gibt es halt die große Presskonferenz und dann gibt es halt die Parade und so. Sprich, David Griffin war da jetzt da, auch weil er als General Manager in der Regel sich auch noch den Fragen stellt und das ist ja so, der Manager macht dann Talks mit den Coaches, macht Talks in der Regel mit den Spielern, je nachdem wie fest der Coach im Sattel sitzt, ist der Coach dann dabei oder nicht. Und stellt sich auch dann vor die Presse. Und natürlich dann fragt die Presse, wenn die Saison eben auch ein bisschen früher zu Ende gegangen ist, als man das vielleicht dachte, ja, was können wir denn so erwarten aus dem Sommer, was wird denn da gemacht? Und ich meine, das ist Profisport, in der Regel hört man dann so, ja, wir werden diesen Sommer alle Optionen natürlich abklopfen, um dieses Team besser zu machen, aber wir sind eigentlich mit dieser Gruppe, die wir haben, sehr zufrieden, blablabla. Also es ist halt meistens ein nichtssagendes Geschwätz, was auch okay ist. Warum soll man erzählen, was man vorhat? Also außer man ist David Griffin, denn der hat sich hingestellt und hat, ich will es nicht sagen, Tacheles geredet, das war es jetzt auch nicht, aber es waren schon einigermaßen erstaunliche Aussagen. Und was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist halt folgendermaßen. Ich lese es mal auf Englisch vor und absetze ich es kurz. Whereas in the past we've always erred on the side of continuity and our takeaway has been, let's see this group healthy, I think we've seen it enough. I want to be really, really clear, this is not going to be a summer of complacency, it's time to get better. Also auf Deutsch, in der Vergangenheit haben wir eher gesagt, naja, wir wollen jetzt mal gucken, wie dieses Team aussieht, wenn es gesund ist, wenn dieser Kader gesund ist, was wir leisten können. Jetzt haben wir das aber genug gesehen. Ich möchte sehr, sehr klar hier das formulieren, das wird kein Sommer sein, wo wir stillstehen werden, wo wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Es ist Zeit, besser zu werden. Und wenn jetzt quasi die ganzen Sätze davor nicht gekommen wären, wenn es nur gewesen wäre, ey, das ist ein Sommer, um besser zu werden, dann haben wir gedacht, ja gut, alles klar, da können die einzelnen Spieler hingehen, die kriegen halt ihre Hausaufgaben, woran sie arbeiten sollen und dann wird man besser. Aber wenn du vorher sagst, wir haben uns diese Gruppe angeguckt, die waren gesund, wir haben jetzt sowas im Sommer genug gesehen, wissen, was die leisten können, was die auch nicht leisten können, auch wenn das so nicht gesagt wurde, das wird kein Sommer, wo wir Stillstand haben, wir wollen besser werden. Dann geht es darum, dass man jetzt da am Kader was ändert. Und ich interpretiere das so, dass man natürlich jetzt hier nicht darüber spricht, Jose Alvarado, guter Mann, aber da können wir besser werden, sondern hier geht es für meine Begriffe um die großen Namen. Und das sind vor allem natürlich drei Namen, Zion Williamson, Brandon Ingram und CJ McCullum. Nicht unbedingt in der reinen Folge, aber ich denke, bei diesem Triumvirat, ich hatte kein Latein, aber das Wort kenne ich, da glaube ich, wird es Änderungen geben. Und wenn ich da ein Power Ranking aufstellen sollte, most likely, also am wahrscheinlichsten, dass der vielleicht geht, zu am unwahrscheinlichsten, dann würde ich sagen, Ingram McCullum Williamson. Vergangenes Jahr hätte ich es wahrscheinlich genau andersrum aufgestellt, da wäre wahrscheinlich Williamson Nummer eins gewesen, aber wir haben für ihn jetzt viel gesehen. Wir haben gesehen, was er mit den Lakers gemacht hat, bis er sich dann verletzt hat. Sicherlich hat er sich auch dann verletzt, aber da er dieses Jahr nicht komplett in Form war, das müssen wir auch sagen, wir erinnern uns ans Play-In-Tournament, aber dann die Kurve irgendwie schon bekommen hat und am Ende, gut, so eine Verletzung kann passieren. Natürlich, wenn es ihm passiert, denkt man direkt wieder, Junge, was ist los? Also können wir mal bei dir vielleicht mal eine Low-Carb-Diet irgendwie einziehen. Aber irgendwie denke ich, vom Gefühl her, das, was man da gesehen hat, was man eben von Brandon Ingram nicht gesehen hat in der Partie, der war am Ende auf der Bank, aber nicht, not amused, aber wenn man dann gesehen hat, wie Ingram auch in der Serie gespielt hat, dann denke ich, also wenn ich jetzt mich in David Griffins Kopf versetze, dann würde ich sagen, okay, das eine ist ein Superstar, der Spiele dominieren kann, der andere ist ein Ab- und Zu-Allstar, der solide ist, dessen Vertrag, ich gucke es gerade noch mal an, aber ich glaube, der läuft jetzt auch relativ bald aus, wo man vielleicht auch nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, super sicher ist, sollte man den jetzt verlängern oder nicht? Und wenn man sich da nicht sicher ist, da haben wir ja in der Vergangenheit Teams ja auch schon gesehen, die da vielleicht sich eine ziemliche Ecke manövriert haben. Und ich sage es ja genau, Brandon Ingram, nächstes Jahr 36 Millionen, ist auch schon extension eligible, kann schon verlängern, ist aber auch nicht, naja, das ist noch nicht passiert, von daher, ich meine, er ist 27, er blühte seiner Jahre, er will nicht jetzt einen richtigen Vertrag haben, der Vertrag von Williamson ist nicht garantiert, also zu allem, was man so lesen konnte, manchmal weiß ich auch nicht, ob das alles dann, ob die alle mal alle Klauseln kennen in den Verträgen, aber das wird jetzt bei Sportrack auch so, immer noch so gelistet, dass halt ab 1926 der Deal nicht garantiert ist, von daher, sagen wir, bevor ich mich jetzt an Ingram nochmal binde, vier Jahre oder fünf Jahre, würde ich vielleicht denken, na gut, wir haben ja auf dem Flügel genug Leute, mit Trey Murphy, der ebenfalls einen neuen Vertrag bekommen könnte schon, sonst wird er nächstes Jahr restricted free agent, man hat Herb Jones schon für die nächsten drei Jahre unter Vertrag, Dyson Daniels ist noch in seinem Rookie Deal, Larry Nance nächstes Jahr noch unter Vertrag, also ich würde denken, Brandon Ingram ist derjenige, den man dann trade, auch weil er natürlich dann nach der Saison free agent wird, deswegen würde ich auch vielleicht mal hier jetzt handeln, statt das raus zu zögern, bis zur Trade Deadline, es gibt einige Teams, die ein bisschen desperate sind, wir kommen ja heute im Hauptteil auf zwei Teams, die da wirklich auch bestimmt große Sachen bewegen wollen, ich sage, dass Brandon Ingram zu den Lakers oder zu den Suns geht, ich wüsste nicht, wie er den beiden Teams wirklich helfen kann, ehrlich gesagt, so wie die sich aufstellen mit ihren Stars, aber Brandon Ingram dürfte jemand sein, von dem ich denke, dass der dann diesen Sommer geht, und das ist dann ein relativ großer Name, wenn man überlegt, dass in der Free Agency eigentlich jetzt kein Spieler von Ingrams Kaliber, würde ich sagen, so wirklich zu haben ist, also von daher, das gilt es zu beobachten, Trade von Sion sehe ich eigentlich nicht, McCullum, ich sage mal so, ich liebe sein Spiel, er hat noch zwei Jahre Vertrag, 33 Millionen, 30 Millionen, oder 33 Millionen, 31 Millionen, ehrlich gesagt, man aufrundet, aber ist er mit dann 33 jetzt schon, ist er vielleicht nicht jetzt an dem Punkt, wo man sagt, okay, wenn wir noch traden wollen, dann vielleicht jetzt, gut, nächstes Jahr ist er dann ein aushoffener Vertrag, aber wenn ich mich jetzt verbessern will, kriege ich da vielleicht jemand anders für, aber kriege ich jemanden, der besser ist, deswegen, also Ingram, McCullum, Williamson, das ist so die Abfolge für mich, und ich bin sehr gespannt, was David Griffin da macht, auf jeden Fall ist er jemand, der solch klaren Worten, dann glaube ich auch klare Taten folgen lässt, und sicherlich das Handy jetzt auch laut stellt, tagsüber, wahrscheinlich auch nachts, damit ihr da kein Angebot verpasst. So, und jetzt, eine Kurs zur Auszeit, vor allem Thema der Woche. Komm kurz zusammen. Ich möchte euch nochmal was über Scale of the Capital erzählen. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Das ist im Endeffekt schon zwei Jahre her, dass ich da angefangen habe zu investieren. Wie gesagt, viel zu spät in meinem Leben, aber vielleicht macht ihr ja nicht denselben Fehler. Ich habe damals ja das Interview von Mark Cuban gelesen, wo er gesagt hat, junge Leute sollten investieren, auch wenn es so kleine Beträge sind, über die Jahrzehnte, das lohnt sich einfach total. Dann habe ich geguckt, okay, was kenne ich so an Finanzmagazin, Seiten, einen Finanztipp kannte ich von Spiegel.de. Da geguckt, habe mich ein bisschen schlau gemacht. Wirklich, also noch nicht mal einen halben Tag. Und da wurde Scalable Capital empfohlen. Dann habe ich mir ein paar ETFs rausgesucht, in die ich investieren wollte monatlich. Ich habe mir sogar dann noch im Nachklapp zwei, drei Aktien rausgesucht, wo ich dachte, ah, das sind Unternehmer, die ich glaube. Da investiere ich jetzt auch Kleinbeträge. Und seitdem läuft das. Und es ist für mich wie so ein zweites Boxscore-Checken. Mittags, wenn ich da am Essen bin, irgendwie Kind ist noch in der Schule, frau es nicht da, gucke ich ein bisschen aufs Handy. Und gucke halt, hey, wie haben denn eigentlich meine Aktienteams heute gespielt? Wie hat denn mein ETF-Team heute gespielt? Und das macht Spaß. Man kriegt ein bisschen mehr Einblick, man kümmert sich ein bisschen mehr drum. Ich bin jetzt kein wilder Trader, der jeden Tag guckt, rechts und links und so. Wenn ihr das, was für euch ist, okay, das geht natürlich auch alles. Denn ihr könnt handeln bei Scalable Capital, wie ihr halt wollt. Die App ist super eingängig. Ich tue ja auch mal den Link in die Beschreibung und könnt euch direkt runterladen. Und momentan gibt es da einfach auch echt eine tolle Aktion, dass ihr ab einem Euro da ansparen könnt. Das ist klar. Das ist immer so. Ihr könnt sagen, handeln, wie ihr wollt. Momentan gibt es 4%, sodass euer Geld auch für euch arbeitet. Bei der Baader Bank ist das Ganze angelegt. Und über eine Million Menschen sind dabei, investieren mit Scalable Capital. Insgesamt über 20 Milliarden Euro, die da angelegt sind. Und ja, was soll ich sagen? Vielleicht ist es auch was für euch. Also ich weiß, dass es was für euch ist. Checkt es mal ab. Scalable Capital, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir zu den Lakers. und den Suns. Und ich sage direkt vorneweg, das ist ein Segment, da habe ich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Bammel vor, weil man kann sich schnell vergaloppieren. Beide Teams gerade ausgeschieden, beide Teams, große Ansprüche, beide Teams. weirde Kader-Situationen. Es ist sehr, sehr viel im Flux. Es wird sehr, sehr viel geredet, spekuliert. Ich meine, guckt mal nach USA, was gerade bei ESPN und Co. läuft, auf die Athletic etc. Da gibt es ja quasi kein Stück, was man wie lesen kann, wo es nicht irgendwie um diese beiden Teams geht, wenn meine Frau hier reinkommt, um den Staubsauger zu holen, wie man hört. Sag wenigstens mal Hallo. Hallo. Okay. Weiter im Text. Und deshalb fällt es mir auch immer schwer, dann da wirklich so abschließend jetzt hier Dinge zu erklären oder drüber zu reden, weil man einfach nicht weiß, wo geht es bei den beiden Teams hin. Und dann sagt, das ist wahnsinnig viel im Flux. Aber die Leute, und das meine ich jetzt euch, wollen natürlich dann auch Reaktionen hören. Das ganze Ding hier heißt Rapid Reaction, auch wenn es nicht ganz so rapide ist, aber deshalb habe ich die Hinsetzung geguckt, okay, was sind denn so erstmal die Sachen, die man jetzt sagen muss oder kann über beide Teams wo sie stehen, wo sie eventuell hingehen und habe ich vielleicht auch eine Idee für die eine oder andere Geschichte. Und die Ideen am Ende sind wahrscheinlich super zweifelhaft, aber ich möchte sie trotzdem sagen, damit irgendwer sich das Maul zerreißen kann oder man sagen kann, okay, das ist keine uncoole Idee oder falls es passiert, ich irgendwie in drei Monaten sagen kann, guck mal hier, wie Gotnext zuerst spekuliert. Nein, ihr wisst, in dem Business bin ich nicht. Ich habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht. Also es ist ganz so lecker. Die erste Frage, die ich glaube ich stellen muss, okay, das sind beides Teams, die jetzt zumindest so die eigenen Erwartungen oder vor allem auch die Erwartungen der Fans unterlaufen haben, wer hat denn jetzt mehr enttäuscht? Und da würde ich schon sagen, dass das die Suns sind, weil, naja, wir haben vergangenes Jahr gesprochen, ey, jetzt holen die halt Durant an Bookers Seite, das ist brandgefährlich. Dann holen sie Biel, gut den Deal, den konnte man natürlich auf gewisse Arten und Weisen kritisch sehen, haben wir auch glaube ich alle kritisch gesehen. Wir haben auch das Potenzial gesehen, wenn sie es hinbekommen, dass die drei zusammen funktionieren. Jetzt wissen wir allerdings, so richtig haben die nicht zusammen funktioniert. Haben ja auch nicht so viel zusammen gespielt, muss man sagen, während der Regeln der Saison und wenn sie zusammen gespielt haben, war es halt sehr, sehr selten, so dass alle drei Vollgas geben konnten oder ihre Würfe hatten oder ihre Rollen hatten, in denen sie aufblühen und dann hat es im Endeffekt auch in den Playoffs nicht gepasst, weil, gut, Mannschaft ohne richtigen Point Guard, man hatte das Gefühl während der Saison, da brauchen sie auf jeden Fall mal eine Ordnung in der Hand, der mal einen Blick hat, wer jetzt halt welche Plays bekommt und so. Jetzt kann man sagen, das kann auch der Trainer machen, da kann man auch wieder sagen, Frank Vogel ist vielleicht aber auch nicht unbedingt der Offensiv-Fanatiker, der da wirklich alles parat hat. Wie gesagt, da gibt es eine Menge Baustellen und Interpretationsweisen, die man da jetzt reinlesen kann. Fakt ist, es hat nicht funktioniert. Vielleicht waren sich alle drei auch dann so ein bisschen zu ähnlich. Das Team war sehr, sehr dünn besetzt von der Bank. Es war sehr, sehr klein. Yusuf Nurkic kam für die Andre Aiton, das war der einzige gewöhnliche Big Men, was da von der Bank kam, Eubanks oder so. Ich glaube, das können wir eigentlich, ich meine, Ball Ball ist lang, aber Ball Ball ist auch nicht der Typ, der dich jetzt da als Center, glaube ich, großartig weiterbringt. Aber weil er körperlich eben nicht so diese Physis hat, wenn wir sehen, welche Teams jetzt gerade noch spielen oder welche Teams auch Erfolg haben, dann sehen wir natürlich auch bei allen diesen Teams eine gewisse Physis, die einfach Phoenix nicht hatte. Aber sie hatten eben diese drei Stars und da war eine Menge Hype im Sommer und deswegen würde ich sagen, dass das fast schon enttäuschender war. Also wenn man das neutral drauf schaut. Die Lakers natürlich immer enttäuscht, wenn sie nicht Meister werden, weil das so das Selbstverständnis ist, dieses Mia San Mia, ich weiß gar nicht, wie das übersetzt auf Kalifornisch dann heißt, mit LeBron und mit AD, da denkt man natürlich immer, es geht was. Auf der anderen Seite war das eben eine höchstgradig, mittelmäßige Truppe, eigentlich auch die ganze Saison über. Klar, mir ist auch bewusst, dass es dann diesen Run gab nach dem All-Star-Break, aber wie gesagt, da spielt man auch nicht wirklich schwer. Man ist rausgeflogen gegen Denver, das ist natürlich der Meister, das war auch knapp zwischendurch. Auf einer Seite lag man 0-3 hinten, hat es dann noch in den Gentleman-Sweep verwandelt. Aber wenn man die Mannschaft sich angeguckt hat, glaube ich, am Ende des Tages, vielleicht von vor der Saison gesehen, dann doch irgendwie enttäuschend. Auf einer Seite, man hat eben gegen Denver gespielt, aber dann hätte man sagen können, okay, aber Play-In-Tournament, das war enttäuschend, dass sie da gelandet sind. Okay, aber es war eben auch eine brutal starke Western Conference und die Lakers waren längst nicht über jeden Zweifel erhaben. Allerdings hätte man mir vor der Saison gesagt, okay, pass auf, AD ist fit, spielt die beste Saison seit, genau, zehn Jahren, ganz heute ist es ja nicht, sieben, acht Jahren. LeBron ist quasi die ganze Zeit fit. Dafür fehlen Vanderbilt und Vincent, aber eigentlich, sonst sind alle da. Hätte ich gedacht, na gut, dann denke ich schon, dass sie vielleicht Sechster werden. Hat eben alles nicht funktioniert, dann hat man gegen einen starken Gegner gespielt, hätte man andere Teams vielleicht geschlagen. Ja, das kann natürlich gut sein. Auf der anderen Seite, naja, darum geht es ja bei den Lakers auch nicht. Deswegen habe ich es auch letztens, glaube ich, mal gesagt, ob du jetzt in der ersten Runde ausscheidest gegen Denver oder in der zweiten Runde oder in der dritten Runde gegen Denver ausscheidest, ist ja eigentlich für das Selbstständnis der Lakers scheißegal. Du willst Meister werden und wenn du, was habe ich gesagt im Stream, ich glaube, in L.A. hängen die halt keine Divisions-Champions-Banner hin. Die hängen ein Championship-Banner hin. Und alles, was davor passiert, ist eigentlich dann mehr oder weniger egal. Wenn du da rausfliegst, fliegst du da raus, dann warst du nicht gut genug, dann musst du was ändern. Natürlich, umso eklatanter das Scheitern ist, umso größer sind vielleicht die Maßnahmen, aber da die in L.A. eigentlich immer die großen Maßnahmen favorisieren, ist es eigentlich auch egal. Also du musst natürlich schon mit einem gesunden Auge drauf gucken und sagen, okay, was haben wir hier eigentlich? Ist das ein Meisterschaftsteam? Ist es das nicht? Wenn es das nicht ist, was können wir tun, damit wir da hinkommen? Aber das machst du ja, egal ob du jetzt in der ersten Runde ausscheidest oder in der dritten Runde. Klar gibt es auch Gefühle, die vielleicht mit reinspielen, Emotionen und dann schießt man über das Ziel hinaus. Aber die Gefahr sehe ich ja bei der L.A. eigentlich gar nicht, weil die gar nicht so viele Möglichkeiten haben. Also über das Ziel nachschießen würde ja dann heißen, man trailt Anthony Davis und man lässt LeBron James als Free Agent gehen, wenn er seine Spieleoptionen dann nicht sieht. Aber das sind Sachen, die darüber müssen wir uns in dem Fall gar nicht so wirklich unterhalten. Aber wir müssen sich schon unterhalten, welches von den beiden Teams vielleicht mehr im Panikmodus ist. Und da bin ich schon bei den Suns, weil Phoenix einfach aufgrund dieser unfassbar teuren Truppe und eigentlich ehrlich gesagt auch keine Möglichkeiten, irgendwas großartig zu ändern, außer man greift eben ans Silbergeschirr, also an die Superstars. Das ist natürlich kein toller Ausblick, um es kurz mal zu erklären. Durant hat noch zwei Jahre Vertrag, 51, 55 Millionen. Bradley Beal hat noch zwei Jahre plus ein Jahr Spieleoption, 50, 54, 57. Devin Bookers, glaube ich, neuer Deal, fängt jetzt erst an, mit 49, 53, 57 und dann 61 Millionen. Dann hast du Nurkic, 18 und 19 Millionen. Grayson Allen gerade neuen Vertrag bekommen, 16, 17, 18 Millionen und dann 19 Millionen Spieleoptionen. Und dann hast du nach Sierra Little 6 Millionen, 7 Millionen, 8 Millionen. So, das sind die, in dem Vertrag stehen. Dann hast du ein paar Spieleoptionen mit Gordon, mit Okoji, Damian Lee, Drew Eubanks, aber ihr merkt schon, also das sind jetzt keine Jungs, die halt irgendwie Unterschied machen. Royce O'Neill, den kannst du noch verlängern oder kannst du einen neuen Vertrag geben. Herzlichen Glückwunsch. Dann wird die Truppe, die jetzt schon wahnsinnig teuer ist, noch mal teurer. Also, um es kurz zu erklären, nächstes Jahr Salary Cap und nächste Saison liegt wohl pro Team bei 141 Millionen. Die Suns liegen jetzt, wenn ich Sportrack hier glauben darf, bei 206 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Also heißt, du kannst den Rest des Kaders eigentlich nur noch mit, ja, mit Minimalspielern aufpolstern und das bei einer Mannschaft, die, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht gut genug war, da fragt man sich natürlich, wie genau soll das funktionieren? Und du kannst ja nicht mal irgendwen großartig traden. Also ich sag, du kannst Durant traden, du kannst Booker traden, du kannst Nurkic traden. Lass die Little traden, der verdient nur sieben Millionen. Ich glaube kaum, dass das irgendwas bringt. Brady Beal kannst du auch traden, aber Brady Beal ist der einzige Spieler in der Liga, glaube ich doch, der eine No-Trade-Clause hat. Du kannst den zwar traden, aber wenn er da nicht hin will, das ist der gleiche Affentanz wie vergangenen Sommer, als die Wizards ihn getradet haben. Der muss zu allem Ja und Abend sagen, sonst kriegst du den nicht weg. In der perfekten Welt wäre das nicht so und Brady Beal wäre der Kandidat und man sagt, finden wir nicht irgendeinen Besitzer, der so halb angetrunken den nimmt und wir kriegen wie drei gute Spieler dafür. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und vor allem, wie gesagt, er muss ja zu allem zustimmen. Aber selbst wenn er nicht zustimmen müsste, glaube ich nicht, dass du jemanden findest, der nach der Saison für einen 31-jährigen Guard, der ab und zu mal zeigt, was er kann, aber einfach nicht wirklich überzeugt hat das Ganze und auch verletzt war, der das Geld für den ausgeht. Nicht mit diesem neuen CBA, was jetzt ja gar nicht mehr so richtig neu ist, sondern schon seit einigen Monaten greift. Von daher, was kannst du machen? Du kannst Durant oder Booker traden. So, Durant ist 36, da kann man sagen, ja gut, vielleicht trainen wir den. Okay, aber was? Also bist du danach besser? Du kannst Booker traden. Sagt er, hat noch einen langen Vertrag, für den kriegst du sicherlich auch vielleicht sogar ein bisschen mehr Gegenwert als für Durant, aber, naja, also, aber da hast du Durant und Biel, beide weit über 30, tradest du beide und reißt alles ein und hoffst, dass Bradley Biel dann sagt, ja, Hauptsache, ich bin hier wieder weg. Ja, keine Ahnung, deine eigenen Draftpicks hast du ja auch nicht. Also, es ist halt eine ziemliche Scheißsituation. und wenn ich irgendwo jetzt irgendwelche Top-Veteranen sagen, ich wollte schon immer in brütender Hitze meinen Herbst und Winter verbringen, eben in Arizona und irgendwie bin ich auch ganz zufrieden damit, irgendwie kein Geld zu verdienen und das heißt, also aus NBA Sicht kein Geld und zu gucken, was so an Würfen übrig bleibt neben Booker, Biel und Durant, dann weiß ich nicht, wie das Team da besser werden soll. Selbst ein Paket, was ich jetzt auch, nur Kitsch und Nidl, also, sagen wir mal ehrlich, da muss schon irgendwer, ja, irgendwen unbedingt loswerden wollen, dass man die für die tradet. Könnte es Möglichkeiten geben, so nach dem Motto, was weiß ich, Chris Paul wird irgendwie nicht getradet von den Warriors, will irgendwie auch nicht da bleiben und sagt, ach komm, ich gehe zurück für kleines Geld und mache da irgendwie den Point Guard. Okay, ist ein bisschen besser als vergangenes Jahr, aber ist das dann was, was den großen Unterschied macht? Sicherlich nicht. Und mit den Ansprüchen, mit der Kohle, ich glaube, morgen oder heute wollte sich Matt Ischbier dann mal mit der Presse hinsetzen und was erzählen, zusammen mit James Jones. Da wurden wir auch die Pläne geändert. Jones sollte erst alleine sprechen, jetzt spricht man zusammen. Bin ich gespannt. Die ganze Big Dick Energy, die da von Ischbier kam, kann man mir gut vorstellen, dass wir die vielleicht jetzt nicht mehr spüren, wenn er jetzt da vor die Presse geht. Richtig viele Optionen haben sie wirklich meiner Ansicht nach nicht. Wir können gleich noch drüber reden. Ich habe einen Trait, der wild ist und wahrscheinlich auch scheiße, aber der zeigt, wie, in welcher Ecke sie sich manövriert haben. Der sich vielleicht besser machen könnte, aber nochmal, wir reden hier über Booker und ob man Booker tradet, also das ist wirklich, das ist ja, im Endeffekt, dass man sagt, wir geben den Spieler auf, der, der bei uns groß geworden ist, hier, eine Identifikationsfigur, um irgendwie das Ganze zu retten und im nächsten Jahr einen halbwegs guten Basketball zu spielen und das ist halt eine Scheiß-Situation und ich denke, die haben vollen Panikmodus, ich denke, die haben weniger Optionen als die Lakers und ich denke, dass es im Endeffekt auch keine goldene Lösung gibt, dass die auf Meisterschaftsniveau nächstes Jahr kommen. Von daher fragen wir vielleicht mal zwei Sachen zu den Lakers. Die große Frage ist natürlich, dass Damoklesschwerf über die ganze Franchise schwebt. Was macht denn jetzt LeBron? Also bleibt er, geht er, wie sieht es aus? Und man konnte schon so ein paar Sachen lesen, weil natürlich klar, jetzt gerade die Kollegen in den USA sich da raufstürzen und sagen, okay, was kann ich rausfördern von welchen Sources, wo geht die Reise hin? Und nochmal, LeBron hat eine Spieleroption, 51,4 Millionen für nächstes Jahr. Die Berichte, Dina hat auch drüber gesprochen, dass der jetzt aber eine verlängern will für teures Geld. Ich denke, da können wir von ausgehen. Aber es gibt ja diese andere Sache, er möchte mit seinem Sohn spielen. Jetzt gab es Berichte, ich glaube, bei Champs war es zu lesen, dass die Lakers durchaus offen sind, Bronny James zu draften. Die haben einen Pick in der zweiten Runde, ich glaube, von den Clippers. Das könnte man ja machen. Wenn er nicht vorher woanders gedraftet wird, dann passt das, glaube ich. Sie haben auch in der ersten Runden Pick, aber ob sie dann, glaube ich, Nummer 17, wo sie dann picken, vielleicht da dann rangehen, bin ich gespannt. Rob Pelinker ist sicherlich auch nicht einer, der super fest im Sattel sitzt. Aber ich gehe davon, dass es LeBron bleibt. LeBron, das hat glaube ich Windows der letzten erzählt, baut dafür 100 Millionen, irgendwie eine fette Bude in L.A. Sein anderer Sohn spielt noch da, die Family ist da, sein Business ist da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie sagt, hey, für die letzte Meisterschaft, die ich noch gewinne vielleicht, gehe ich woanders hin. Er hat selber auch gesagt, Family is the most important thing. Family ist halt da. Also wenn er Bronny dazuholen kann, warum denn nicht? Also wenn Bronny wirklich in den NBA kommt, nicht noch ein Jahr irgendwie hier in Duquesne bei Drew Joyce spielt, gehe ich davon aus, dass er bei den Lakers landet, dass LeBron da bleibt, sich für zwei, drei Jahre unterschreibt. Und dann sieht man weiter. Und dann muss man natürlich bei den Lakers schauen, was mit den anderen Jungs eventuell gehen können. Und da ist D'Angelo Russell relativ prominent, der könnte nächstes Jahr 19 Millionen verdienen, hat aber eigentlich, wenn man die Zahlen sich anguckt, eine tolle Saison gespielt. Sag, bin ich ein Fan von ihm und seiner Art Basketball zu spielen und seiner Unprofessionalität? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist auch nichts Neues für die, die hier zuhören und zuschauen. Es gab es auch Berichte, dass er wohl aus seinem Vertrag aussteigt. Naja, und dann haben wir wieder die Situation, dass die Lakers, wenn sie ihn gehen lassen, und die Lakers sind auch jetzt nicht auf Rosen gebettet, davon ausgehen, dass LeBron bleibt, dann liegen die nächstes Jahr auch über dem Salary Cap. Also was kannst du dann dem guten D'Angelo Russell bieten? Nicht so wirklich viel. Also wenn immer wer anders sagt, hey, also wie er gespielt hat, hier sind 20 Millionen, naja, dann muss er schon einen Discount nehmen, um in L.A. zu bleiben. Allerdings, er verliert jetzt ja 19 Millionen, der will sicherlich auch noch ein bisschen mehr verdienen. Und wenn er weg ist, dann verlierst du ihn ohne Gegenleistung. So, wie soll das dann funktionieren, wenn das Team so schon nicht tief und nicht gut genug war? Du hast allerdings Hachimura, Reeves, Vincent, Vanderbilt und Huchifino, ich sag immer Skifino, aber ich hab jetzt ein paar Mal Skifino gehört, ich sag immer Skifino, und du hast Max Will Lose unter Vertrag, die du allautlich auch traden kannst, und du hast Christian Wood, Cam Radish und Jackson Hayes mit Spieleroptionen. Glaube ich, aber alles auch Minimal-Deals. Gut, bei keinem von denen würde ich davon ausgehen, dass die großartig woanders mehr Geld bekommen. Auf der einen Seite, wenn du halt nicht spielst, warum sollst du denn da bleiben? Auch für das kleine Geld. Gut, L.A. ist L.A., aber ist ja ein bisschen teurer als vielleicht irgendwo auf dem Land. Mal gucken, was mit denen dreien ist. Von daher, also die ganz großen Optionen sind hier auch nicht. Und man hat auch noch so ein paar Free Agents am Start, also Torian Prince, die man vielleicht gerne halten würde, Max Christie. Ihr wisst, Lakers-Fans hätten den gerne auch mehr dieses Jahr gesehen. Was machst du mit denen? Von daher, auch hier muss eigentlich was Eklatantes passieren, um diesen Kader so zu verbessern, dass du eben Meister werden kannst wieder. Also eventuell werden kannst. Und sie haben jetzt drei First-Round-Picks die einsetzen können. Das ist natürlich für einen Trade dann nicht schlecht. Man hätte nur einen einlösen können jetzt zur Trade-Deadline, weil es ja diese verschiedene Klauseln gibt. Man kann auch den 2024er-Pick traden, allerdings erst, wenn er gemacht ist. Du kannst ja jemanden nehmen, den das andere Team gerne möchte. Und dann tradest du ihn direkt, sobald er bei dir ist. Fakt ist, sie werden aber was tun. Sie haben selber gesagt, sie wollen auf Star-Jagd gehen. Nur, naja, Star ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Terry Young ist sicherlich ein Star. Der Name fällt ab und zu. Der Name, die gente, Murray fiel zur Trade-Deadline sehr, sehr viel. Allerdings, da ist nichts passiert. Vielleicht passiert jetzt was. Bren Ingram ist gerade auf der Fall, ist gerade wieder auf dem, oder ich habe es ja auch gerade gemacht, habe ihn auf die Liste gesetzt. allerdings, der war schon bei den Lakers. Ich meine, das ist natürlich kein Ausschlusskriterium. Nur, ich meine, er spielt, sagen wir mal, Small Forward. LeBron spielt Power Forward und Anthony Davis spielt Center. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass wir hier über einen Flügel reden, den sie da holen wollen, sondern im Zweifel wahrscheinlich eher über einen Guard, um eben auch dieses vielleicht Pick and Roll von dem neuen Star Guard mit Anthony Davis zu spielen, auch vielleicht mit LeBron James zu spielen und dass man da mehr Synergien, mehr Athletik auch hat auf der Eins, um da halt Löcher zu reißen. Also, ich meine, D'Angelo Russell an seinen guten Tagen hat das ja durchaus auch geschafft und dann waren diese Lakers ja auch direkt besser. Du brauchst quasi einen besseren D'Angelo Russell und einer, der vielleicht nicht auf der Bank, was war es, Handy checkt oder Schokolade isst oder was immer der gemacht hat, während die anderen Auszeiten machen. Sowas brauchst du halt und defensiv einfach nicht komplett Gott, so Gott wie willenlos agiert. Und dann kannst du auch damit leben, wenn du für diesen Star getradest, weil, ich meine, das müssen wir uns auch nochmal ganz klar vor Augen halten. Also, der kommt nicht ohne Gegenleistung. Wenn du so einen Star dir holen willst, dann muss Hachimura, Reeves, Vincent, Vanderbilt, irgendeine Verbindung oder eine Kombination von denen muss dabei sein. Russell, Sinatrade, ich weiß gar nicht, ob die Modalitäten da so easy sind. Das ist ja mal ein bisschen schwierig, du kriegst dann meistens auch nicht so die große Gegenleistung und denkst bei Russell auch, Sinatrade, weiß ich nicht, ob du jemanden bekommst, der dann, also, der richtig geil ist für jemanden wie Russell. Also, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, sondern Hachimura, Reeves, Vincent, Vanderbilt, daraus wird eine Kombination sein plus Draftpicks für diesen Star. Und wie gesagt, an der Stelle könnt ihr jetzt hier noch komplett ins Detail gehen, aber ich hab nur ein paar Minuten, bevor hier der Bollerwagen vom Papa ins Auto gepackt werden muss. Von daher noch eine Sache, KD oder LeBron nach Golden State, das ist ein Ding, was jetzt immer wieder diskutiert wird auf Content Creator Seiten, um Klicks zu generieren, sagen wir es mal so, oder halt Media Seiten, die auch irgendwie leben müssen. Beides, denke ich, ziemlich weit hergeholt. Denn, nochmal, als Free Agent geht das nicht, das müsste ein Trade sein. Also, klar, gibt es immer, wenn man kein Geld verdienen möchte. Irgendwer hat mir auch geschickt, ja, hier, ich glaube, Bleacher Report hat irgendwie so einen Schwachsinn da zusammen gekocht, nach dem Motto, hey, die Warriors draften, Bronny. Ja, fuck off, das ist alles so weit hergeholt. Natürlich ist irgendwie alles möglich, aber, wie gesagt, ist es auch möglich, an meine Mutter zwei Räder zu schrauben und dann ist sie trotzdem kein Fahrrad. Von daher, wenn wir realistisch sind, ich sehe da keinen Weg. Natürlich hätte man jetzt bei den Suns sagen können, ich glaube, bei Bill Simmons kam das vor, man macht halt einen Trade, Kuminga, Pochemski, plus X, für KD. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass das dann auch Phoenix so großartig weiterbringt und KD und Greens zusammen, das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen, nachdem es zu viel passiert und ich glaube auch, dass Kevin Durant, auch wenn man vielleicht das nicht glaubt, weil die letzten Jahre einfach auch so gelaufen sind, ob er das irgendwie nicht versteht, ich glaube, der hat schon ein gutes Gefühl dafür, dass er, wenn er nach Golden State zurückgehen würde, dass das einfach nicht, dass es dann der nächste Move ist, der einfach nicht geil ist und das einfach, ist noch mehr beschädigt, was er eigentlich sich aufgebaut hat. Kann man seine Legacy einfach sagen retten, wenn er in Phoenix bleibt, eigentlich auch irgendwie schwer vorstellbar, aber Golden State sehe ich gar nicht. Und LeBron, was soll er da hingehen? Also was soll er damit mit Green spielen, mit einer kleinen Mannschaft spielen, die nicht reboundet, wirklich auch, sehe ich wirklich auch überhaupt gar nicht. Von daher, wer wird getrailt? Vielleicht ein kleiner Hinblick auf so, die How to Make Punkt, Punkt, Punkt Great Again Podcast. Ich habe auch mal schnell zwei Deals gesucht, wo ich denke, die könnten die jeweiligen Teams weiterbringen. Aber ich bin beiden nicht hundertprozentig glücklich. Nur mal so als Denkanstoß und jetzt nicht wieder direkt auf Twitter schreiben, du, Huso, hör auf mit so einem Bullshit. Ich sage direkt, ich will damit zeigen, in welche Richtung es gehen müsste, um beide Teams irgendwie nach vorne zu bringen, entscheidend nach vorne zu bringen. Und bei den Lakers, so alle Namen, die man da jetzt so gehört hat, ob es jetzt Trae Young ist, ich sage jetzt zuletzt Brent Ingram, Zach Levine, will ich ganz ehrlich sein, das ist für mich alles nicht die Lösung. Trae Young defensiv, jetzt könnt ihr mir gerne sagen, hey, das ist viel besser als vor fünf Jahren, ist trotzdem scheiße, defensiv so. Und mit LeBron, mit den Aussetzern oder mit den Pausen, sage ich mal, die er sich da nehmen muss, die man auch jetzt in der Serie gesehen hat, gegen Denver, das ist einfach nicht nachhaltig, gut. Zumal wir nicht gesehen haben, dass Trae Young auch nur, vielleicht jetzt am Ende, als er wieder zurückgekommen von der Verletzung, aber wenn er fit ist, habe ich noch nicht wirklich gesehen, dass er längerfristiger interessiert ist, ohne Ball im Halbfeld zu agieren. Also das ist wirklich nicht sein Ding, von daher denke ich, ja, das ist dann auch vielleicht hier dann mit LeBron nicht unbedingt zielführend. Es gibt eigentlich nur einen Namen, wo ich denke, der wirklich den Lakers helfen könnte, wo ich denke, der könnte auch da Interesse daran haben, und die Situation mit noch ein Jahr laufender Vertrag, glaube ich, hat er dann noch nach der Saison, die passt. Und das ist Donovan Mitchell. Das ist von den ganzen Spielen, die ich gerade genannt habe, die zu haben sind, klar der Beste, am besten passendste, sagen wir es mal so. Und um ihn aber jetzt zu bekommen, muss man schon eigentlich abgeben. Ich meine, er hat jetzt nicht vier Jahre Vertrag, Devin Booker natürlich würde mehr bekommen. Also müsste man schauen, dass man wahrscheinlich eines am Pick auch reinwirft. Und der Deal wäre der folgende. Donovan Mitchell und Sam Merrill, damit man auch einen Shooter mit dazu bekommt, für Hachimura, Austin Reeves und Gabe Vincent, also drei Spieler, die alle, zumindest in der Theorie helfen können, nicht ewig lange gebunden sind. Gut, Reeves ist für drei Jahre jetzt noch, aber ich glaube, da kann man mit leben bei den Cavs, wenn man ihn da jetzt als größeren Playmaker hat. Hachimura auf dem Flügel ist gut, Vincent so als Backup auf der Eins glaube ich auch. Und dann, die Picks könnt ihr euch selber aussuchen, ob es jetzt 2024 dann getradet nach der Draft plus 25 plus 30 oder eine andere Kombination der Picks dies Jahr gibt. Es gibt ja noch einen Zweitrunden-Pick von den Clippers oder zwei, die man nehmen kann. Irgendwie so könnte so ein Deal aussehen, aber da müsste man bei den Cavs schon A, mit dem Rücken zur Wand sein und wissen, okay, Mitchell möchte weg und Mitchell müsste irgendwie eine Liste aufmachen. Das ist natürlich immer so ein Punkt seit Damon Lillard, dass das nicht so gerne gesehen wird natürlich von der Liga, aber wenn intern klar ist, ey, der verlängert nicht bei Team ABC, gibt dann irgendjemand mehr als so ein Angebot. Das muss man abwarten, wie gesagt, das ist immer nur eine Idee, in welche Richtung es gehen kann. Es gibt ja auch Dreier-Team-Trades etc., aber ich denke, Mitchell ist dann der Spieler, wo ich denken würde, darum müssten die Lakers sich kümmern, weil die anderen dich nicht wirklich, glaube ich, entscheidend weiterbringen. Mitchell hat die Wucht, er hat die Athletik, ist ja defensiv auch nicht immer auf 100-90-Niveau, okay, aber das ist gut genug, das sehen wir jetzt auch in der Serie gerade gegen Orlando und mit dem hast du dann halt jemanden, der auch den Ball in der Hand braucht, versteht mich nicht falsch, aber der auch in der Lage ist, mal den Ball abzugeben, das sehen wir auch jetzt und das ist einer, der würde eher auch, glaube ich, sehr, sehr gut reinpassen. Und das kann ich mir sogar noch halbwegs irgendwie vorstellen, dass man da jetzt halt hingeht und da Vollgas gibt. Bei den Zahns, wie gesagt, tue ich mich wahnwitzig schwer, der da wirklich was zu skizzieren. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, auch im Hintergrund, dass es keinen Sinn macht, dass die Zahns jetzt irgendwie tanken, weil sie ihre Picks nicht haben und ich glaube nicht, dass jemand Bradley Beal will und ich denke dann, dann muss ich überlegen, was machen wir. Und wenn Matt Ischbjer jetzt sagt, ich will jetzt auch nicht der Owner sein, der irgendwie reinkam und dachte, ich bin der Geilste und habe ja alles in den Dreck getreten und danach ging ein riesiges Tanking los oder so ein Pseudo-Tanking a la Brooklyn und wir sind, ja, die Truppe in der Liga, über die alle lachen, über mich lachen alle. Nee, ich möchte komplett tief im Vastball spielen und wenn ich dafür Devin Booker opfern muss, dann opfer ich dafür Devin Booker. Hauptsache, wir haben hier ein Team, was irgendwie mitspielen kann. Und wenn wir Beal haben und Durant, dann brauche ich darum halt einen breiteren Kader, sag ich mal, wo wir halbwegs funktionieren können und ich brauche einen halbwegs guten Point Guard, ich brauche einen Shopblocking, Rimrolling Center und ich brauche 3&D auf dem Flügel. Und auf der anderen Seite bräuchten wir eine Mannschaft, die sagt, ey, wir wollen irgendwie neu anfangen, wir haben es auch ein bisschen verrannt in unsere Star-Entscheidung. Booker sind wir gerne bereit dafür, auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Packen wir gerne ein, zwei Picks dazu, dann wäre das vielleicht ein Deal, den wir machen könnten. Und zwar, die Atlanta Hawks bekommen Devin Booker, Yusuf Nurkic und Nassir Little plus Picks. Picks habe ich jetzt gar nicht so großartig reingeguckt, weil es ein bisschen schwierig ist für mich zu sehen. Aber ich kann nochmal gucken, wir mal kurz, ich habe es noch offen hier. Also die Suns haben ja auch nicht viele Picks, also es sind irgendwie noch Zweitrunden-Picks, die man geben kann von San Antonio und von Boston. Ihr merkt, da ist wenig zu holen. Also dann müsste man in Atlanta schon zufrieden sein. Sorry, die Hawks müssten ja Picks schicken. Moment, kurz, klar, Moment, die Picks von den Hawks, die können Sacramento's Protected Pick, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn er Protected ist, schicken. Die könnten den eigenen 2024er-Picks schicken. Also sagen wir, wenn du da jetzt sagst, du brauchst noch ein, zwei Erstrunden-Picks, dann ist das wahrscheinlich auch kein Problem. Aber die Suns würden bekommen, Picks, machen wir X dran, würden bekommen, die Suns. Dejonte Murray, Clint Capella, auch so auf dem Vertrag sogar, DeAndre Hunter und Jalen Johnson. Wie gesagt, ist das, haben sie jetzt ein Spiel, der besser ist als Devin Booker? Nein. Aber man könnte sagen, hey, Murray startet auf der Eins, neben Booker. Wir packen, keine Ahnung, Johnson wahrscheinlich in die Starting Five, neben Durant und dann haben wir Capella und Hunter ist so der sechste Mann von der Bank mit Grayson Allen und dann kann man überlegen, wen man noch so an Minimal-Deals irgendwie verschachert. Vielleicht kriegt man auch ein, zwei, wie gesagt, ersten Rundpicks noch dazu aus Atlanta und dann hat man da zumindest, es ist immer noch teuer, versteht mich nicht falsch, also es hat sich jetzt nicht viel getan, es hat sich jetzt nicht viel getan, zumindest eine breitere Rotation, man ist wahrscheinlich auch sogar die bessere Mannschaft als jetzt. Ich denke auch, dass sie einen neuen Trainer sowieso holen. das wäre so eine Idee, aber ehrlich gesagt, wie gesagt, richtig zufrieden bin ich damit jetzt auch nicht. Ich bin echt gespannt, was beide Teams machen, aber wie gesagt, vielleicht wenn ich mit dir drüber spreche nächste Woche, vielleicht kommen wir da auf bessere Ideen. So, ansonsten, Programminweise. Kann ich ehrlich gesagt gar keine geben, weil am Wochenende nicht wirklich was feststeht. Ich weiß, dass wenn es Game Sevens gibt, dann werden die wahrscheinlich Samstag und Sonntag auch zu einer guten Zeit laufen. Man muss allerdings abverraten, was passiert, wenn da schon die zweite Rundserien anfangen. Fang die schon an, stay tuned, sobald es da was gibt, weil ich warte auch drauf, weil ich kommentiere so am Wochenende, also ich werde dann es auch bereitstellen, natürlich in sozialen Netzwerken. Ansonsten, Google des Tages. Einfach nur nochmal, damit ihr selber vielleicht rumspielen könnt, an der Trade Machine, fanspo.com, F-A-N-S-P-O.com. Oben unter Tools findet ihr Trade Machine, da könnt ihr rumspielen. Ihr könnt aber auch spotrack.com, S-P-O-T-R-A-C.com gehen. Da könnt ihr auch vortrefflich euch angucken, was Salary Cap angeht, Verträge etc. Ich glaube, da könnt ihr auch drin traden sogar. Schaut da rein. Ist ja immer ein netter Zeitvertreib, auch wenn die Playoffs gerade laufen. In diesem Sinne, euch wahnsinnig tolle Playoffs. Im Wochenende hören wir es wahrscheinlich wieder. Bis dann. Euer André.